Wir sind auf Rino. Einen wunderschönen guten Morgen. Schenaya? Was? Blendet die Sonne? Ja. Komm, wir können ein bisschen töbern. Ist es so besser? Ja. Wir sind in Luina von Merit. Am Merit sind wir noch nicht. Was ist da hinten? Der See. Der See? Was für einen? Einen grossen. Einen grossen. Einen grossen. Lago Maggiore. Und wo gehen wir jetzt hin? An Merit. Was für ein Merit? Ehm... Bist du schon mal da gewesen? Nein. Gehen wir schauen? Aha. Also, was kaufst du? Weiss noch nichts. Hast du Spatzelchen dabei? Ja. Keine? Ihhh. Was haben die hier zu Luina gemacht? So lustig in die Kabine kann man reinsetzen. Oh. Da? Ja. Schau mal, ich kann es mal raus schauen. Oh ja. Du musst vorne raus schauen. Wow! Schön sauberes Wasser. Was? Schön sauberes Wasser. Ja. Windet ein bisschen. Ja, sehr. Komm, willst du mal schauen, wo du da vorne durchlaufen kannst? Ich zeig's euch. Ja, mach du das. Ja, das nennt man wahrscheinlich Kunst. So einen Weg, um ein bisschen weiter raus zu schauen. Nein. Oh boy. Ja. Da... Bis zum nächsten Mal. Hast du deine Gläser nicht bekommen? Ja! Mami! Hast du wieder einen Schlumpf gelassen? Ja und... Eine weisse? Nein! Ja gut! Zeig mal deine Schnauze! Mach mal den Mund zu! Du musst nicht so weit rauf! Windet es ein bisschen hier! Ja! Dann hat es viel mehr gewindet! Viel mehr? Ja! Komm wir gehen zum Auto, ist gut? Ja! Also... Ja, da finden sie es nur dezent. Man sieht es am Wellengang an. Sie... Doch ein bisschen... Ja! 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 Na! Ja! 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 Jetzt siehst du, wie eine schwangere Bergehende. Larina, wir sind jetzt hier im Coop und hier ist es noch schlimmer als vorher bei den Kleidern. Wir müssen warten, warten und warten auf die Leute. Ich liebe meine Schweine. Aber schau mal, das ist ein komischer Coop. Der ist ganz rot, der ist gar nicht orange. Cecilia, wie lange? Nein, wir nehmen die Lübex rein. Inzwischen ist der Coop rot und nicht orange. Wir nehmen mit allen Farben aus der Kleidern. Was hat's da, Schanaya? Haufen Glutenfreie für eine Papi-Sache. Hallo! Ich hab nur den Freien. Noch mehr. Du bist nicht so gut. Du bist nicht so gut. Du kannst dich dann reinziehen. Guck mal bitte. Guck mal. Im italienischen Coop. Ich bin schon sehr gespannt, wir haben den Wagen gefüllt. Wo haben wir den Wagen stehen, Cecilia? Ähm, hier. So ist es. So. Ein paar Jacken sind noch drin, aber sonst ist alles lecker glutenfrei. Also. So. Cecilia, ich wünsch dir einen guten. Aha. Was hätte es das Feinste gegeben? Spapetti Bolognese. So, das sieht aber ohne Bolognese aus. Ja. So. Und ein Skopki. Aus dem Schweiss mal ein Skopki. Eissest du Cecilia? Und ein Trockmuss. Ein Trockmisschen. Ein Sandwich, ich weiß. Und die Larine. Oh, die kommt auch Spaghetti über. Ist es gut? Mhhh. Und der Papi, der hat hier hinten einen ganzen Korb voll glutenfreies Futter. Und dann geht's mir da runter. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020